RE-MAX, das international erfolgreichste Immobilienmakler-Netzwerk, steht seit 1973 für maximalen Service, maximale Dienstleistung und maximale Ergebnisse für alle an einer Immobilientransaktion Beteiligten. Seit 2001 wird diese Philosophie auch im Team der DonauCity Immobiliengruppe an ihren sechs Standorten in und um Wien erfolgreich gelebt. Haben Sie sich schon einmal überlegt, sich selbstständig zu machen in der Immobilienbranche? Wir bieten die Möglichkeit vom Querensteiger über Makler zum selbstständigen Immobilienunternehmer, was optimal wäre, wenn Sie schon Vertriebserfahrung mitbrächten, wenn Sie in irgendeiner Form mit Selbstständigkeit schon zu tun hatten, selbstständiges Denken selber mitbringen, dann sind Sie bei uns goldrichtig und wir machen aus einem Querensteiger einen selbstständigen Immobilienunternehmer. Wir bieten eine komplette Ausbildung. Hier haben Sie auf der einen Seite Wissenvermittlung, auf der anderen Seite Praxis beim Kunden. Weiter geht es mit 13 Tagen Karrier, eine Vollausbildung, reines Rechtswissen von den besten Ausbildern, die es in Österreich gibt. Und last but not least können Sie Ihre eigene Konzession über den akademischen Immobilienmanager, das ein Studium universitären Charakters ist, absolvieren. Und damit haben Sie die vollen Ausbildungsschritte in Österreich, um konzessionierter Marke zu sein. Wir bieten aktives Mentoring, Coaching, wie Sie es vielleicht aus dem Spitzensport schon kennen. Auch ein Spitzensportler kann einmal ohne Begleitung eine Medaille machen, aber um langfristig am Top-Level zu sein, wird er eine Begleitung haben. Wir leben nach der Devise, erfolgreich werden, sein und bleiben. Wir werden Sie jahrelang begleiten und Ihren Erfolg mit unterstützen. Lassen Sie sich beraten. Donor City Immobilien. Wir geben Ihren Träumen ein Zuhause.